hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf alles nutzen noch für sich marsch wir setzen unsere arbeit fort wir beginnen mit der aussaat jetzt auch fällt 13 wir sehen jetzt hopfen aus ich um ein fahrer da vorne später jedenfalls kurs play fahre und dann werden wir von feld 2 das trohn auf verscheuern dann wird er auch noch entsprechend aussehen können und dann ist noch weiteren steht an die grasmat auf der wiese 21 und 25 ich überlege mir das so wie erfüllt zu kaufen 14 und von dann kreditsommer dann kommen ja oder doch doch gleich kuhstarten aussehen ich wollte ein bisschen abwechseln reinbringen so da werden wir auch fällt 13 was haben bestimmt ein kurs gespeichert aussaat fällt 15 aussaat 13 haben wir nur doch hier ich muss noch ein bisschen schauen dass ich das gleich schreibe dann also da eine reihenfolge kann ja nicht so schwer sein hopfen wird sich bei der brauerei freuen gut aus aber in lkw kostet die zeug mit kosten also von fahrverhalten her er fährt wie wir zwei hänger nicht viel besser als der einzelne darum bei den jetzt abgeben wieder und wenn er ganz schlecht ist dann kann man doch mal den eigen größeren lkw mieten zum test oder länger gesehen länger für sich gesehen fahren wir mal so hof da die gruppe um die rum so fast leer da kommt er kommt er aus der brüche aber voll naja ist halt so ne hat man daran gerammt so garage es ist nicht gerammt und das ist garage jetzt ja da war doch was gut dann immer den kurs weg den löschen wir und genau das war ein reinfall also normal ohne rechts wir gehen hier vorne bei der einfahrt das ist eigentlich der richtige punkt das heißt neue berechnern rundherum 23 und das passt das passt und wie haben wir anderen gespeichert den arbeitsgang machen zuerst also mit aussort fällt 13 können wir näher entsprechend sortieren genau müsste jetzt klappen optimal wäre so was funktion wie zum beispiel fahrer nehmen einstellen fest eingestellte gibt es den auftrag du paul fällt 13 muss hopfen rein schnapp dir den passenden traktor oder ich weise nein zu dann nimmt er sich das passende gerät fährt hin macht es fertig bei problemen meldet er sich der macht es selbstständig so ich kann mal die geräte reparieren ja mein gesicht hätte nur und halbwege dann hat es auch nur die gehabt so ist gut gewicht ist noch kaputt alles egal was juckt mich der stau also ein lieben netten vorbeifahren und lächeln die vögel mal weg jagen hier auf meiner wiese auch w r r r r r r r also ich merke dass kein unterschied grunde besser gut da können wir auch behalten gut wenn wir mal volles oder mal anschauen gut 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 so man dass sie viel trocken zum glück habe dafür zweiter länge das ist eigentlich die ecken nacharbeiten so umstellen auf herr nummer 2 ich bin gespannt und sagt gut fürs feld ausreicht bereits hat es gerade so gereicht ohne nacharbeiten so 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 windräder machen einen lärm ein 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 So, voll. 100%. Without vector. Doing our choice. Toll. Wenn das die Ladeballen wären, dann wäre es 100.000. Ja, bei der Wiesn her geht er vor los. So. Spät an. So, angekommen. Ja, meine Marie. Raubt hier was? Nö. Ja, vorne mal vorne. Den auch bitte, ja. Aber ich muss ihn wieder hängen wie auch ging. Das ist nicht schlecht. So, über den Fall der Landwirtschaft, das soll es für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich nur ein Like freuen. Und auf einmal wiedersehen. Dann sage ich mal, ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Ich muss ihn nicht halten. Keine Hand frei. Ich muss ihn nicht halten. Ski. Ski.